Herzlich Willkommen zu unseren Affirmationen zum kommenden Vollmond am 16. Februar 2022. Wir haben aktuell eine sehr starke kosmische Energie, die uns in der Manifestation unserer Ziele und Wünsche unterstützt und eine Umsetzung leichter möglich macht. Dazu haben wir heute Affirmationen mit dem Thema Halte deinen Fokus zusammengestellt. Benütze bitte einen Kopfhörer, damit du ganz bei dir bleibst und dich auf die Affirmationen konzentrieren kannst. Richte jetzt deine ganze Aufmerksamkeit auf deinen Atem und lasse deinen Atem fließen. Atme ruhig in deinem Rhythmus ein und aus und komme ganz zu dir. Spüre dich. Nimm dich wahr. Verbinde dich mit deinem Innersten. Und nimm dich so an, wie du bist. Atme. Lass los, was jetzt nicht wichtig ist. Und lass dich ein auf diese Kraftsätze, die wir jetzt besprechen. Atme ein und atme aus. Ich bin authentisch und sage ja zu meinem Sein und zu mir selbst. Jetzt. Atme ein und atme aus. Lass los und atme wieder ein und atme wieder aus. Lass den Einatmen, dem Ausatmen folgen. Und das Ausatmen, dem Einatmen. Ich bin mir bewusst, dass ich großartige Potenziale in mir trage. Atme ein und atme ein und atme aus. Atme ein und atme aus. Lass alles los, was jetzt nicht wichtig ist. Atme tief ein und atme ein und atme aus. Atme ein und atme ein und lass den Atmen über deinen Kopf hinaus dringen. Atme ein und atme aus und lass dich tief in die Erde verwurzelt wahrnehmen. Ich fühle mich stark und erreiche meine angestrebten Ziele. Jetzt. Atme ein und atme aus. Lass den Atem fließen. Atme in deinem Rhythmus und richte dein Augenmerk auf den neuen Satz. Ich höre auf meine innere Stimme und handle selbstbewusst jetzt. Atme ein und atme aus. Spüre deinen Atem tief in dir verankern und von da auch wieder dich ausatmen. Atme ein und atme aus. Ich erkenne meine Qualitäten und ich liebe mein Leben. Jetzt. Atme ein und atme aus. Nimm dir Zeit. Schenk deinen Atem Zeit. Ich erkenne meine Qualitäten und ich liebe mein Leben. Jetzt. Ich bedanke dich bei dir selbst, dass du dir die Zeit genommen hast und dir die Zeit nimmst, diese Affirmationen für dich zu sprechen, einzuatmen. Nimm diese Sätze bis zum nächsten Vollmond am 18. März weiterhin in dein Bewusstsein auf. Wiederhole sie immer wieder oder höre dir das Video einfach noch einige Male an. Teile dieses Video als Geschenk auch an deine Freunde, mit deinen Freunden und lass somit Vibrationen in dich und dein Umfeld fließen. Namaste. Namaste. Eine gesegnete Zeit, bis zum nächsten Mal. 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 Mal.